In diesem Minivideo zeige ich dir ein paar verserrte Charaktereigenschaften von Sweet Chessnaut. Erkennst du dich? Ich habe mehrere Schicksale Schläge hinter mir. Eine weitere kann ich nicht ertragen. Ich habe das Gefühl, ich sehe kein Licht mehr. Ich bin wie in einem Bunker. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen die Wand getrieben bin und ich keine Hände mehr habe, dass meine Hände abgehackt sind, dass ich keine Kraft mehr habe. Das ist alles passiert mir. Das ist alles so schlimm. Ich kann das gar nicht verkraften. Ich halte kein Glaube mehr. Ich glaube an gar nicht. Ich wurde wie verlassen. Ich bin allein mit alles. Ich weiß, ich weiß aber, dass ohne Hilfe es nicht weitergehen kann. Ich brauche Hilfe. Ich fühle mich so depressiv. Ich kann einfach nicht mehr. Und? Hast du dich wiedererkannt?